Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Special ja viele Leute von euch wissen wahrscheinlich gar nicht wer Yoko Shimomura ist aber ich werde es euch verraten sie ist eine japanische Videospiele Komponistin die unter anderem die Musik zu Kingdom Hearts zu allen Teilen komponiert hat, an Street Fighter 2 mitgearbeitet hat, an Legend of Man an der kompletten Reihe beziehungsweise an den meisten Teilen und an Final Fantasy 13 hat sie mitgearbeitet und hat die Musik geschrieben deswegen auch das kleine Video und bevor es jetzt losgeht mit, dass man mich flamen müsste nein, ich bin kein Fanboy, ich dachte mir nur ein bisschen Background Infos, das ist ein Let's Play Channel da kommt es doch mal ganz gut, wenn ich sage alles Gute zum Geburtstag Yoko Shimomura oder auch auf Japanisch Omedeto to Karaina Ongaku no Tame no Oku no Kanasha äh, no Kanasha oder auch auf Englisch Congratulations and many thanks for the brilliant music also, ja, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die geniale Musik halt ja, deswegen habe ich noch einmal in japanischen Schriftzeichen geschrieben die Musik, die im Hintergrund läuft, ist ebenfalls von Yoko Shimomura das ein oder andere Stück dürfte euch bekannt sein, denke ich mal zumindest das zweite, was ich noch einspielen werde, dürfte euch bekannt sein ja, wie ich gesagt habe, dann stelle einfach mal herzlichen Glückwunsch Yoko Shimomura und vielen Dank für die geniale Musik in all den Jahren ja wie schon gesagt, ich bin auch kein Fanboy oder so ich habe das nur gemacht, weil ich mir denke, es passt gut zu einem Let's Play Channel so ein Video zu machen und ja, viele wissen auch gar nicht, wie sie aussieht deswegen habe ich auch dieses Bild hier eingeblendet beziehungsweise ich werde es gleich einblenden noch ist das Video ja nicht fertig noch nehme ich gerade nur den Ton auf von daher sehe ich noch gar nicht, was ich dort überhaupt mache ja, ich denke mal, ihr könnt, wenn ihr wollt in die Kommentare auch eure Glückwünsche schreiben noch hat es ja Geburtstag ja, nach japanischer Zeit noch knapp eine halbe Stunde jo, es ist 16.25 ehe der Upload bandet es blabdi blub sagen wir es ist, ja 16.45 maximal hat es noch eine Viertelstunde Geburtstag, wenn ich dieses Video hochlade hoffen wir zumindest mal denn die japanische Uhrzeit ist immer sieben Stunden nach unserer Voraus ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen ähm, ja genießt auf jeden Fall noch ein bisschen die Musik von ihr und ja, wenn ihr wollt, lasst eure Glückwünsche da danke sehr ja, wenn wir jetzt jetzt mit unserer Voraus Amen. 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 Amen.